Höcke wegen NS-Sprache vor Gericht. Lindner sieht sozialen Frieden durch geplante EU-Gebäuderichtlinie bedroht. Und morgen erneuter bundesweiter Warntag. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 13. September. Wie das Landgericht Halle bekannt gab, muss sich Thüringens AfD-Chef Björn Höcke wegen des Vorwurfs der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor Gericht verantworten. Höcke soll 2021 in einer Rede in Sachsen-Anhalt eine verbotene Losung der Sturmabteilung der NSDAP verwendet haben. Er soll gewusst haben, dass der letzte Teil der Formel »Alles für unsere Heimat«, »Alles für Sachsen-Anhalt«, »Alles für Deutschland« eine verbotene Losung gewesen sei. Der Bundesverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen lehnt den Vorstoß von Unionsfraktionsvize Dorothee Bär ab, den Kauf von Sex in Deutschland zu verbieten. Ein solches Sex-Kaufverbot führe für Sexarbeitende in prekären Situationen zu noch schlechteren Arbeitsbedingungen, sagte der Verbandssprecher Kolja André Neute den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat mit der Gebäuderichtlinie für bessere Energieeffizienz ein wichtiges EU-Klimaschutzgesetz scharf kritisiert. Diese Richtlinie halte ich für enorm gefährlich, nicht nur hinsichtlich des Gebots der ökonomischen Vernunft, wonach wir an der Stelle Geld einsetzen sollten, wo es den besten Effekt für das Klima in Verbindung mit unserer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit hat, sagte der FDP-Politiker dem Nachrichtenportal Politico. Wie das Bundesministerium für Gesundheit auf seiner Internetseite mitteilte, sollen Long-Covid-Patienten einen leichteren Zugang zu Medikamenten kriegen. Das ist ein Ergebnis des runden Tisches Long-Covid, zu dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag Expertinnen und Experten sowie Betroffene eingeladen hatte. Angesichts zahlreicher Badeunfälle von Migrantinnen und Migranten in diesem Jahr fordert die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mehrsprachige Warnschilder an Gewässern. Häufig kämen die Menschen aus Ländern nach Deutschland, in denen das Schwimmenlernen weit weniger verbreitet ist, sagte die LRG-Präsidentin Ute Fug dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Morgen findet erneut ein bundesweiter Warntag statt. Um 11 Uhr wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Probewarnung über das sogenannte modulare Warnsystem auslösen. Mit diesem System sind diverse Warnkanäle verknüpft, unter anderem die Warn-App NINA. Gleichzeitig lösen die teilnehmenden Länder und Kommunen ihre lokalen Warnmittel wie zum Beispiel Sirenen aus. Gegen 11.45 Uhr erfolgt für die meisten Warnmittel die Entwarnung der Probewarnung. Dies teilte die Bundesregierung auf ihrer Internetseite mit. Die Klimademonstranten der letzten Generation haben heute einen von der Polizei Berlin begleiteten Protestmarsch durchgeführt. Die Strecke führte von der Reformationskirche in Moabit bis zum Invalidenpark. Das teilte die Polizei Berlin auf Twitter mit. Im Rahmen von Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch bittet die Polizei Berlin mit einem Bild aus einer Überwachungskamera um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen. Er soll am Mittwoch des 24. August 2022 gegen 12.40 Uhr in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Habsburger Straße 8 in Schöneberg eingebrochen sein. Dort soll der bislang unbekannte mehrere Wertgegenstände entwendet haben. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben. 25 bis 35 Jahre alt. 185 bis 195 Zentimeter groß. Sportlich, athletische Statur. Kurze, schwarze Haare. Bekleidet mit einem Tanktab. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen. Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu der Identität und oder dem Aufenthaltsort des abgebildeten Tatverdächtigen machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat und oder zu dem Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldstraße 18 in Langwitz per Telefon sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können auch per E-Mail gesendet werden. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Himmel klar bei Tiefstemperaturen von 10 Grad. Am Donnerstag ist der Himmel vereinzelt bewölkt bei Höchsttemperaturen von 20 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017